Mein Name ist Robert Morag, ich bin seit 14 Jahren Firmenkundenbetreuer für die Volksbank Pforzheim hier am Standort Mühlacker. Heute besuche ich meinen Kunden Friedrich Münch bei meinem Banker-in-Blaumann-Tag. Mein Name ist Armin Fehr, seit sieben Jahren Geschäftsführer der Friedrich-Münch-GmbH und CoKG in Mühlacker, zuständig für die Bereiche Vertrieb und Marketing. Mein Name ist Jörg Schüle, ich bin ebenfalls Geschäftsführer hier im Unternehmen und mein Bereich sind die Finanzen. Wir sind seit Jahren mit der Firma Münch in Geschäftsbeziehungen und konnten bei vielen Finanzierungen für die Firma Münch die notwendigen Voraussetzungen für Expansion und Weiterentwicklung schaffen. Die Friedrich Münch arbeitet in vier Produktbereichen oder vier Geschäftsbereichen. Eins ist der Bereich der Schutzhandschuhe, der zweite Bereich sind Schutzwesten für Polizei und Militär. Der dritte Bereich ist die Architektur, die wir bei unseren Tochterunternehmen Promisch abwickeln. Und der vierte Bereich, unser neuster Bereich, den auch die Volksbank sehr stark mitbegleitet seit vier Jahren, ist der Aufbau eines Handschuhsystems im Bereich von Arbeitsschutzhandschuhen, unser Niro S-Programm. Durch unsere Aktion Benker im Blaumann kommt man noch dichter an den Kunden ran und hat noch mehr Verständnis für das, was er es tut und wie er es tut. Was uns antreibt, das ist die Neugierde an der Zukunft, an neuen Projekten, Wege weiterzugehen und damit uns auch immer wieder neu in die Zukunft zu sichern. Was mich als Benker antreibt, ist der Wunsch, meinem Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und mit ihm die Zukunft zu meistern.